Es gibt eine Funktion aus dem Landwirtschaftssimulator, die ich gerne im echten Leben hätte. Ganz einfach und schnell beide Zirne bauen. Achso, ah, jetzt kann ich das hier auseinanderziehen. Okay, ah, und dann wird es auch schon immer Teuerraum, so weiter, wenn man es auseinanderzieht und die einzelnen Elemente ploppen da zwischen auf, das ist cool. Ich habe mir hier jetzt gerade mal so einen Restpfahl aus meiner Restekiste rausgesucht, den unten ein bisschen angespitzt. Jetzt versenken wir den mal. So. Scheiße, schief. Hier in dem kalten, harten Boden, ey, das macht jetzt richtig Spaß, ey. So gar nicht.